Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geek Talk Daily. Heute am Freitag, dem 26.04.2019. Ihr hört Geek Talk Daily 605 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Steg, Microsoft, Outlook, Mario Kart Tour, neues Nest und AWS. Ich beginne mit dem Schweizer Online-Shop Steg. Gut, geht es nicht nur in Online, aber jetzt geht es vor allem um die Online-Geschichte. Denn die haben als Erste das Limit von der Bestellaufnahme auf 21 Uhr geändert. Das heisst, wer Technik bestellt, sind rund 15.000 lagernde Produkte, die sie da eben vor Ort haben. Und diese eben bis 21 Uhr bestellen, haben das Paket am nächsten Tag da. Ich für meine Person bestelle ja jeweils bei Bragg und da kann ich bis 15 Uhr bestellen. Da ist schon nochmal ein bisschen Zeit und da könnte man schwach werden, noch das eine oder andere mehr zu bestellen. Das Ganze geht über die DPD Late Night Express und wird für den Kunden kostenlos sein. Das finde ich doch toll. Die Frage ist, ob das auch am Samstag geht, aber ich glaube, nee, Bragg ist da der Einzige, der nur auch am Samstag ausliefert. Aber das dürfen die Hörer gerne berichtigen, wenn dem nicht so ist. Weiter geht es mit Microsoft. Die haben es geschafft. Vor kurzem hat der Jan in der GeekDoc-News-Folge noch gesagt, er glaubt nicht daran, dass das so schnell sich ändern wird. Apple war ja, ich weiss nicht mehr genau wann das war, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, die erste Firma, die die Billion-Dollar-Grenze überschritten hat. Die Zahl müsst ihr rausgeschrieben sehen. Das ist ein ziemlich, ziemlich viel Batzele. Und ja, jetzt hat es ein weiterer geschafft und es ist Microsoft. Die haben nämlich tolle Quartalszahlen rausgehauen mit einem Umsatz, der bei 30,6 Milliarden Dollar liegt, haben vor allem im Cloud-Geschäft überzeugen können. Das hat die Börse und alles drumherum natürlich ein bisschen beflügelt und zwar richtig stark beflügelt und zwar so stark, dass der Aktienwert um 4,6% gestiegen ist. Was heisst 1,002 Billionen Dollar Wert hat die Firma nun und ist mittlerweile vor Amazon und Apple an der Spitze. Mal schauen, wenn die nächsten Zahlen von anderen Firmen kommen und wer die nächste Firma ist, die diese Marke überschreiten wird. Auch eine schöne neue Zahl konnten sie rausbringen zum Thema Outlook. Im Jahre 2016 hat ja Microsoft seine Strategie ein bisschen geändert, was generell die Dienste und eigene Geräte, ich sagte nur Windows Phone, Sneef, Gott habe es selig oder wer auch immer, begraben haben quasi da schon und eben die Apps für alle Plattformen angeboten haben. Unter anderem für Android und iOS und genau auf den beiden Plattformen zusammen soll man jetzt auf 100 Millionen aktive Nutzer kommen. Das ist natürlich schon eine Riesenzahl und auch eine schöne Zahl, wenn man bedenkt, dass es der Konzern so doch wieder geschafft hat, auf die mobilen Geräte zu kommen, ohne eigene zu verkaufen. Weiter geht es mit Nintendo, die eigentlich für den Märzen diesen Jahres, also im Frühling diesen Jahres, angekündigt haben, das Mario Kart Tour für iOS und Android auf den Markt zu bringen. Das haben sie dann Anfang Jahr korrigiert oder Ende des letzten Jahres korrigiert und gesagt, das werden sie nicht ganz schaffen, man muss noch ein bisschen weiterarbeiten. Im Sommer soll es soweit sein, das Tolle für Amerikaner und Tokioianer, genau, Japaner ist nun soweit, man kann zumindest unter Android sich für die Beta registrieren und dann das Ganze austesten. Da müsste ich doch bald wieder mal mein VPN anschmeissen. Auf das Spiel freue ich mich schon sehr, weil, ja, Helden der Jugend. Gehen wir weiter zu anderen Helden oder auch nicht. Jetzt ist es, glaube ich, schon fünf oder sechs Jahre her, wo Google Nest gekauft hat. Schon damals sagte ich, Google schaut jetzt ins eigene Zuhause mit den Kameras und Thermostaten, Mikrofonen etc. und so weiter. Das Ganze war mehrfach auf der Kippe. Man hat es bei Alphabet integriert, dann rumgeschoben, hin und her. Irgendwie schlussendlich landete das Ganze dann doch wieder in einer eigenständigen Firma, was bis jetzt immer eigenständig war. Es gab ein eigenes Konto, nicht ein Google-Konto, sondern eben ein Nest-Konto. Aber durch die Integration vom, ach, wie heisst er, heisst er jetzt schon wieder, den Google Assistant, genau, hat sich da natürlich das Ganze wie ein bisschen gekippt. Und jetzt soll es soweit sein, dass in Zukunft, und das wird wahrscheinlich an der Google I.O., Anfang des nächsten Monats wird das verkündet, dann auch ein Google-Account geben wird, mit dem man sich da einloggen kann. Erhöht natürlich die Sicherheit, weil Google da doch relativ fix und stark ist, was das Ganze anbelangt. Aber, ja, dieses Gedanke, der Gedanke, wie bei Amazon, dass Google dann noch stärker und besser mithören kann und das natürlich mit all euren anderen Diensten und so weiter, die ihr bei Google habt, verknüpfen könnt, ist da sehr nah. Aluhut abgezogen und wir gehen zum letzten Thema. Ich habe euch anfangs der Woche berichtet von diesen Zahlen, dass Apple pro Monat 30 Millionen Dollar ausgibt für AWS, also ein bisschen Cloud-Geschichten. Und die Zahl hat den einen oder anderen erschrocken und da meinten ja viele, mein Gott, so viel Geld und man wollte doch auf eigene Infrastruktur setzen. Und ja, das tun sie im Vergleich zu 2017. Damals hat man noch 370 Millionen ausgegeben und ein Jahr davor 775 Millionen. Also man hat es eigentlich vor zwei Jahren geschafft, das Ganze zu halbieren und jetzt nochmals deutlicher runterzuschrauben. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie lange das Ganze noch auf fremden Server liegt. Und wenn man zurückdenkt, damals gab es ja einen Brand bei den Google-Datenzentren, wo dann eben auch Apple-Daten, also iCloud-Daten betroffen waren, da ist natürlich zu hoffen, dass das in den eigenen Rechenzentren nie passiert. Und das hoffe ich generell nicht für egal welchen Hersteller, weil ja, trotz Backup, solche Dinge sind natürlich ärgerlich und müssen nicht sein. Ja, das waren es die ganzen News, die ich heute mitbringen habe können. Es ist Freitag, ihr habt den letzten Tag vor dem Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und nächste Woche wird der Achim wieder für euch da sein. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.